Liebe Bürgerinnen und Bürger, immer wieder schicke ich Ihnen ein kurzes Video aus Straßburg. Und ich möchte das Video heute nur ganz kurz überschreiben, nämlich Ruhe bewahren. Wahrscheinlich geht es Ihnen wie mir. Wir sind manchmal schon direkt ein bisschen angenervt, wenn wir jeden Abend wieder im Fernsehen hören, Brexit hin, Brexit her, gehen die Briten jetzt oder bleiben die Briten, gehen sie bald oder gehen sie erst später. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir, wir Europäerinnen und Europäer, jetzt ganz ruhig bleiben. Es wird wohl zu einem Ausscheiden von Großbritannien kommen. Das wird wohl sein. Aber wichtig ist, wie wir uns am letzten Tag verabschieden. Verabschieden wir uns mit Ärger und Wut, so gut, dass sie weg sind, die Briten. Oder geben wir Ihnen die Hand und ich möchte unbedingt dafür plädieren. Behalten wir alle die Nerven. Geben wir Ihnen zum Schluss die Hand und laden Sie ein, vielleicht irgendwann wieder, vielleicht in 10, 15 oder 20 Jahren, wieder Mitglied der EU zu werden. Sie sind unsere Nachbarn. Sie sind unsere Freunde und Freundinnen. Sie gehören zu Europa. Und es ist eine Wunde, wenn Sie gehen. Es liegt an uns zu entscheiden, wie Sie gehen. Jetzt müssen wir Ruhe bewahren, Freundschaft bewahren und in die Zukunft blicken. Ihre Maria Neuchel Wir sind in der Vorstellung. Wir müssen uns die Nachbarn.